Willst du mich verarschen? Was hast du hier vor? Hier stimmt man ja instant, Junge! Instant! Super Mario Maker 2! Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker 2 One Level Per Day Frozen Forest Welt 3 2 Von David X Forest in Ice Level Night Poison Der Weltrekord liegt bei irgendeinem Japaner mit 1 Minute und 11 Sekunden Die Abschlussrate beträgt 7,22% 13 erfolgreich 580 Versuchen 58 Leute haben sich dran probiert David, ein schweres Level von dir? Hätte ich jetzt nicht erwartet Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an Ein schweres Level von Professor David Äh, von David X Ist ja kein Professor Und es gibt sogar einen Mond Ja, und ich bin zu blöd Und krieg das so nicht hin So, die sind weg Okay Okay Oh, das ist ein Yoshi Noch besser Oh, das ist ein Yoshi Und ich, äh, hätte es beinah verbockt Ich habe noch ein paar Blocken mitnehmen können Aber egal Und jetzt haben wir es hier sogar noch Poison Schwimmt der Weg leider? Ne, ne? Ähm Wie hoch willst du denn hier noch gehen? Warte Willst du mich verarschen? Was hast du hier vor? Hier stimmt man ja instant, Junge Instant So Komm her, Mund, komm Na, ich haue natürlich wieder voll daneben Hashtag Dum de Matruple Wow Wow Okay Nee, nehmen wir jetzt nicht mit Boah, der war fies Oh, oh Oh nein Ich habe meinen Yoshi verloren Ich habe meinen Yoshi verloren Da kommt doch irgendwas raus Was böses, was fies ist Soll ich in die Röhre rein oder da hoch? Okay, ich soll da hoch Und da wäre ich irgendwo an eine Zähnermünze gekommen War mal ein herausforderndes Levelprofessor da Definitiv Ähm So von dir gar nicht gewohnt Aber Der Flow ist nicht ganz so da Also Beispielweise jetzt mit dem Hochspringen und so Äh Ein paar mehr Hinweise Dass es wirklich eine Abhängigkeit gibt Denn Ähm Mit den Trampolinen Da denkt man gar nicht dran Pack einfach so eine Clownskutsche hin Dann wissen das die Leute Und dann packst du halt Äh Zwei Clownskutschen, die dann auf dem Weg nach oben sind Die ihn dann versuchen aufzuhalten Das hätte ein bisschen Ich sag mal, wäre ein bisschen effektiver gewesen, ne? Aber Trotzdem ein schönes Level Ich bedanke mich ganz herzlich Bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Tro Art Reihen Tschö tschö Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.